Hey Freunde, kannst du mal... Boah, kannst du wie du meine Freunde... Böse Mann läd doch Frieden mit Massiv ab, verdammt nochmal, böse Mann! Ist deine Meinung irgendwie nur ein Fädchen im Wind oder was? Zuerst sagen, ja ich mach massiv Frieden und jetzt hast du es dir anders überlegt? Also ist deine Meinung überhaupt nichts wert? Deine Worte, die du sagst, das ist echt erbärmlich, verdammt nochmal! Wenn irgendwie so ein Manu Elsen zu dir sagt, mach mal Frieden mit Massiv und du sagst einfach ja und ein paar Monate sagst du nein? Nein, also das finde ich echt charakterlos, das macht man nicht. Entweder man steht zu seinem Wort wie ein Mann oder man tut es halt nicht. Aber wie ein Fädchen im Wind, ja ich will ein Beef haben, verdammt nochmal, lass doch einfach sein, Mann! Dieser künstliche Beef mit Kohle nervt auch langsam, verdammt nochmal! Kohle ist real, du akzeptierst doch endlich mal! Mit Rewe kann man auch viel Geld machen als Filialleiter, machst du dir ein oder ein Euro auch! Gehst du vielleicht auch mit deinen 3500 Euro netto nach Hause, hast du eine schöne Wohnung und so? Nimm das Leben doch, mach doch nicht krank auf diese Gangsterschiene! Das passt nicht zu dir, Junge! Okay, meine Freunde, ist fast wie ein Fuhlen-Buss! Abonnieren gleich nicht, vergessen meine Freunde und bis zum nächsten Mal, meine Freunde!